Ja, hallo, Virginia Ernst hier. Spreche ich hier mit dem Kinderhusten? Ja, super. Na, folgendes, wir würden gerne auf weiteres kündigen. Nein, 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 wir möchten nicht wechseln auf Läuse oder Magen-Darm-Infekt. Nein, Hand, Mund, Fuß hatten wir auch bereits, da waren wir sehr unzufrieden. Nein, wir möchten auch nicht die Bonuspunkte anlösen für einen Monat krankheitsfrei. Wir möchten einfach nur kündigen. Was heißt da, wir können nicht kündigen, erst im Sommer? Okay, dann möchten wir doch die Bonuspunkte anlösen, bitte.